Ihr habt gedacht, es wäre schon vorbei, gell? Also, der Pierre ist jetzt da und, ja, es ist so, wir werden ganz oft gefragt, sag mal, Monique und Pierre. Pierre und Monique, das sind doch nicht eure echten Namen, das sind doch irgendwie Künstlernamen. Und jetzt können wir es euch verraten, ja, wir sind Schlager-Duo, wir heißen Monique und Pierre als Schlager-Duo. Wir treten hier ganz oft bei ganz vielen Veranstaltungen als Schlager-Duo auf und heute Abend bei euch. Wir haben unser neues Lied mitgebracht. Ich habe hier extra die Lene Fischer selber geauft. Ja, wir präsentieren euch jetzt unseren allerleisten Shit-L-Hit-Hit-Hit-Hacken, der da heißt, egal was kommt, Musik bitte ab. Ich bin jetzt schon von Einsamkeit. Ich bin jetzt schon von Einsamkeit. Auf geht's, go! Ich liebe dich, ich bin tot, nach der Stimme wieder ruhig. Ich liebe dich, ich bin tot. Ich liebe dich, dein Augenbrauen, gelb und rot, niemand schimpft, das heimertut. Sag mir jetzt, wie stehen wir, sag mir endlich, woran ich bin. Ich halte es nicht mehr länger aus und lass den Sack gern aus, der Maus, egal, was. Ich liebe dich, dein Augenbrauen, gelb und rot, niemand schimpft, das heimert, das heimert, das heimert, das heimert, das heimert, das heimert. Ich liebe dich, dein Augenbrauen, gelb und rot, niemand schimpft, das heimert, das heimert. Ich liebe dich, dein Augenbrauen, gelb und rot, niemand schimpft, das heimert, 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 das heimert. Das heimert.